ich habe da schon mal so schlüsselanhänger gemacht die eckerten da und bei einer fortbildung habe ich mal so ein schlüsselanhänger gemacht und wie man den programmiert das schauen wir uns jetzt an dann schauen wir mal wie man da ein namensschild ein schlüsselanhänger zum beispiel konstruieren ich starte dazu open s cut und mache eine neue detail so wie fang ich da an ich fang einfach einmal an indem ich einen kreis mache ein da ein 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.